So, ich werde jetzt das Dach machen mit diesen Müllsäcken. Ich werde jetzt mit dem Kleber, also mit dem Tape, das hier auf das jetzt verkleben, damit ich hier so einen kleinen Dach habe. So, ich habe hier meine Mülltüten hier zusammengeklebt und das ist mein Schlafplatz jetzt für heute. Das heißt, wenn es regnet, dann regnet es hoffentlich nicht rein. Aber guck mal hier, ich habe hier sogar eine Tür eingebaut. Das habe ich hier hineingeklebt. Guck das an, das ist mein... das ist meine Matratze. Das Klebeband liegt am Boden und ich bin nicht fertig mit meiner Plastikhütte. So, wir haben jetzt 2 Uhr und wir sind jetzt die ersten 4 Stunden drauf. 4 Stunden auf dem Baum ist richtig geil, aber prüfen wie es die nächsten Stunden wird. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich würde sagen 4 Stunden auf dem Baum von 36 sind höchstens erstmal nur 40, sind 10, sind 1 Neuntel. Und jeder Windzug bewegte Bäume.